Am Sonntag wirst du siebzehn, das wird ein schönes Test, weil Mutter dich zum ersten Mal alleine zu mir lässt. Am Sonntag wirst du siebzehn, da gehen wir beide aus, und wenn du ja saßt hinterher, noch kurz zu mir nach Haus. Ich habe lang gewartet auf diesen einen Tag, weil ich dich von der Schule her schon immer gerne mag. Wir haben uns getroffen, ganz heimlich ein paar Mal. Du warst fünf Klassen unter mir, das war mir ganz egal. Nur deine Mutter sagte immer nein, doch ab Sonntag wird das anders sein. Am Sonntag wirst du siebzehn, da gehen wir beide aus, und wenn du ja saßt hinterher, noch kurz zu mir nach Haus. Ich zeige dir mein Zimmer, es ist zwar winzig klein, doch groß genug für dich und ich, um glücklich zu danken. Ich estaba bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020